Hallo zusammen, es ist jetzt der 24. März und scheinbar schlüpfen die Weibchen der gehörnten Mauerbiene. Die Männchen sind schon seit über drei Wochen geschlüpft und warten sehnsüchtig auf diesen Zeitpunkt. Wir werden jetzt mal an eine Stelle versuchen näher ranzuzoomen. Vielleicht können wir ja eine Paarung entdecken. Interessant ist, dass nach der Paarung das Weibchen einen Duftstoff vom Männchen abbekommt, das das Weibchen dann unattraktiv macht für weitere Paarungen und das Weibchen dann so ungestört ihr Brutgeschäft verrichten kann, ohne ständig weiter belästigt zu werden. Auf Wiedersehen.